Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten geht es in der kommenden Woche hoch her. Ein Kuss mit dem Ex, ein Flirt mit Hintergedanken und ein lang ersehntes Comeback erwarten die Fans. Bei GZSZ folgen auf gute Zeiten bekanntlich schlechte. Das muss in dieser Woche vor allem Neuzugang Alicia erfahren. Nachdem ihre Ankunft in Berlin in der vergangenen Woche mehr als holprig verlaufen ist, scheint sich nun ein Problem nach dem anderen aufzutun. Auch Emily steckt nach wie vor tief in ihrem Schmerz über die Trennung von Sascha. Einzig bei Michi könnte es in den nächsten Folgen wieder aufwärts gehen, denn bei seiner Rückkehr nach Berlin wartet eine ganz besondere Überraschung auf ihn. Unsere Wochenvorschau vom 30.10. bis 3.11. GZSZ, Yvonne und Gerna begrüßen ihren Pflegesohn. Letzte Woche kam Toni aus New York zurück. Sie merkte schnell, dass zwischen ihr und Erik noch einiges im Argen liegt. Lilly macht Toni klar, wie sehr er unter ihrer Abwesenheit gelitten hat. Erik wiederum ist verärgert über Tonis Verhalten ihm gegenüber. Selbst als sie auf ihn zugeht, ist er nicht bereit, mit ihr zu reden und lässt sie abblitzen. Die Situation scheint völlig verfahren und Toni beschließt, sich besser abzulenken. Doch es dauert nicht lange, bis sich die beiden wieder über den Weg laufen. Bei Yvonne und Gerna kommt ihr Pflegekind Lukas an. Die beiden tun alles, um es ihm bei ihnen so schön wie möglich zu machen. Lukas ist sehr lieb zu ihnen. Aber sie merken schnell, wie sehr er seine Mutter vermisst. Der Junge hat in seinem bisherigen Leben schon so einiges durchmachen müssen. Umso wichtiger ist es Yvonne und Gerna, dass er sich bei ihnen wohlfühlt. Emily und Paul kommen sich näher. Emily kann ihre Trauer um Sascha einfach nicht überwinden. So sehr sie sich auch bemüht, sie bekommt ihn einfach nicht aus dem Kopf und schwelgt in Erinnerungen. Trotzdem rafft sie sich auf zur Halloween-Party im Vereinsheim. Eine Ablenkung kommt ihr gerade recht. Doch lange hält sie es dort nicht aus. Ausgerechnet Toni, die in ihrer Abwesenheit noch nichts von der Trennung erfahren hat, spricht sie auf Sascha an. Emily will die Party so schnell wie möglich verlassen, doch das bleibt nicht unbemerkt. Paul nimmt sie mit nach Hause und kümmert sich um sie. Doch am nächsten Morgen nähern sich die beiden unerwartet an. Es kommt zum Kuss. Völlig überfordert und verwirrt kehrt Emily nach Hause zurück. Wo sie auf ihre Brüder trifft. Die spüren sofort, dass mit ihrer Schwester etwas nicht stimmt. Emily bereut es, mit Pauls Gefühlen gespielt zu haben, schließlich hängt sie noch an Sascha. Philipp und John beschließen, alles zu tun, um ihrer Schwester zu helfen. Ob Emily die Sache mit Paul klären und vor allem Sascha bald vergessen kann? Alicia lässt sich auf Carlos ein. Schon in der ersten Woche in Berlin nimmt Alicias Pechsträhne kein Ende. Aus dem Mietvertrag kommt sie nicht mehr raus. Das Geld wird knapp und die Kaution bekommt sie vorerst auch nicht zurück. Ihr Ex-Freund, der sie eigentlich nach Berlin begleiten sollte, unterstützt sie in keiner Weise. In dieser verzweifelten Situation trifft sie auf Luis, der versucht, sie aufzumuntern. Er erzählt ihr von der Halloween-Party im Vereinsheim und überredet sie mitzukommen. Auf der Party versucht Alicia sich mit allen Mitteln abzulenken. So gerät sie an Carlos und die beiden beginnen einen heißen Flirt. Am nächsten Morgen wacht Alicia neben Carlos in seiner Wohnung auf. Sie versucht schnell ihre Sachen zu packen und zu verschwinden. Für Alicia ist klar, dass der One-Night-Stand mit Carlos eine einmalige Sache war und auch er will sich von ihr distanzieren. Doch dann erkennt Carlos, dass die Nichte von Tobias für seinen Plan gegen WL nützlich sein könnte. Aber wird Alicia so leicht für seine Zwecke zu haben sein? Michi ist wieder in Berlin. Wann kommt Maren? Nächste Woche gibt es ein Comeback. Michi kehrt nach Berlin zurück. Nach dem Durcheinander mit Nicole. Maren und ihm musste er in Dortmund die Zukunft seiner Ehe regeln. Dafür und um seinen besten Kumpel Tobias nach Helsinki zu begleiten, ist er Anfang Oktober für kurze Zeit aus der Serie ausgestiegen. Zurück in Berlin vermisst er Maren schrecklich und kann es kaum erwarten, mit ihr zu reden. Er ahnt nicht, dass sie bereits auf dem Weg zu ihm ist, um ihn an seinem Geburtstag zu überraschen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Erweist sich als erinnert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017